Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema, was man wissen sollte, bevor man einen verschlüsselten Container erstellt. Gedanken zum Passwort. Anstelle von Passwort sollte man vielleicht die Bezeichnung Passphrase bevorzugen. Sie suggeriert, dass es auch ein wenig länger sein darf und dass Leerzeichen durchaus erlaubt sind. Eine gute Passphrase sollte leicht merkbar, aber schwer zu erraten sein. Außer Buchstaben sollte sie auch Zahlen und Sonderzeichen enthalten und etwa 20 Zeichen lang sein. So etwas schüttelt man nicht einfach aus dem Ärmel. Wie wäre es mit folgender Phrase? Das geht nur Prozentzeichen, mich, Prozentzeichen, Leerzeichen, unter Strich, an groß geschrieben, unter Strich. Zusätzlich zur Passphrase können auch Keyfiles als Schlüssel genutzt werden. Damit ist es möglich, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung aufzubauen. Eine Passphrase, die man im Kopf hat und ein Keyfile, welches man in der Hand hat. Ein Angreifer müsste beides erlangen. Die Lux-Erweiterung von Crypt Setup erlaubt es, bis zu acht Passphrasen und Keyfiles zum Öffnen eines Containers zu nutzen. Damit ist es möglich, mehreren Nutzern den Zugriff mit einem eigenen Passwort zu erlauben. Soll ein verschlüsselter Container mit dem Login eines Nutzers automatisch geöffnet werden, muss eines der acht möglichen Passwörter mit dem Login-Passwort des Nutzers identisch sein. Login-Manager wie KDM oder GDM können das eingegebene Passwort an das PEM-Mount-Modul weiterreichen. Dieses Feature kann beispielsweise für ein verschütteltes Home-Verzeichnis genutzt werden. Wichtig, bei Änderung des Login-Passwortes muss auch das Passwort für den Container geändert werden. Sie werden nicht automatisch synchronisiert. Das war User Paul von OpenScreenCast. Ciao und viel Glück!